Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Green Hell Im Code-Modus Code-Modus? Code-Modus Hey, Co-op Guckt euch mal der Brücke an Wie der Brücke tanzen kann Der Drücke nickt nicht drücken, Mist Ich find's ein bisschen schade, dass wir keine Kekkerchen jetzt hier finden Fülle Kekkerchen Das ist ein richtiger Drückeberger Die Nuss Einfach essen Die Kekkerchen? Die Nuss Ach, einfach essen Oh Sachte, sachte Oh, guck mal hier Ah, hier geht's hoch Oh, ich hab irgendeine... Irgendeine Vieh Irgendwo War ja klar, wie das letzte war Wie das letzte Bein Ich guck zuerst immer nur die Beine an Ich hätt ja auch mal schlafen sollen Ey, warte mal, geht's jetzt hier zurück? 32, 25 Oh, sieht ja komplett woanders Oh, nochmal, unten Hülleneingang Ah, okay So ein kleines Ding Aber, ja, geht Egal, Loch ist Loch Höh, höh, höh Cool Hast du was gefunden? Ne Ich schreib grad nur zurück Achso Ich dachte, du pinkelst ja grad in die Ecke Ne, ich pinkel da grad in die Ecke Bist du hochgegangen? Ja Ja, 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 ja Gleich fallen wir einfach runter Einfach durch die Map Weil das war noch nicht geplant, dass hier Leute sind Das wär hart Oh, guck mal da Ne Schau grad so aus Schau grad echt aus wie ne Riesenhöhle hier Egal, andersrum Erstmal wieder Ne, ich brauch keine Was? Bononi Oh Gott, gar nichts Ne Außer ein bisschen Schlaf vielleicht Bei dem A2 waren wir noch nicht, ne Bei diesem Zeichen Da waren wir auch noch nicht Hm Oh Hier müsste das Ende sein, der Karte Darunter sollte man bestimmt nicht Wie kommst du denn da drauf? Wie schubst du dich? Probier's aus Probier's aus Was war das? Ich glaub hier sind irgendwo Wespen Egal Ich weiß nicht wo Ich hör's nur Summen Er geht wie ein Weg lang Hoch und runter Lass mal runter gehen Runo Oh, da ist der Fahrstuhl Aber ein anderer Ein anderer Ja, wollt ich grad sagen Eine Seilbahn Warte, warte, warte Warte, warte Nein, geht nicht Schade Erforderliche Gegenstände Kletterausrüstung Oh Oh Nein Schade Weh, das ist unsichtbar Alter, rass dich aus Wie ist es sogar hier aus? Ey, da unten ist safe Eine Kletterausrüstung Safe Vielleicht ist das mit dem Wasserloch Oh Das wir da hinkommen Traust dich Traust dich da runter zu springen? Ich irgendwie nicht Ja, wir müssen vorher abspeichern Speichern wir vorher einmal ab Auf der Insel Und dann gehen wir da hin Ich würde mal Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit Außerdem ist es sowieso jetzt mal langsam pen Ich habe nur noch ein Viertel Ja Ja, gut, dann los Dann lass es uns speichern Döp, 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 döp Was ist das da oben? Da ist ein Schwanz Oh Wow Ich helfe dir Triffst du nicht mehr Oh ne, tatsächlich Jetzt ist es Aber hat man nur Fleisch bekommen, ne? Gut, dann brauche ich es noch nicht Gut Wir bauen hier vorne Achso, du kannst auch eins aufbauen, ja Ja, ich baue Äh Äh Es ist Ah, hier oben Wenn ich Borda wurde, dass der Echsenfieber Äh, ja, siehste Hä? Ernsthaft, das kann auch weggemacht werden, ja Können Sie sich auf den Stein? Ne Das hier muss weg Das, das Gestrüpp hier, aber Achso, nach ganz unten gucken Ja, nach ganz unten gucken muss ich So Hä? Oh, jetzt ist die Spawn Das hier wird doch nicht mehr So Palm Pack die Rüfter Uh, da legst du dich mal hin Uh, da legst du dich mal hin Achso, nach unten Ah, da legst du dich mal hin Ah, da legst du dich mal hin Wir geben jetzt alles, dass wir da runter können. So. Ja, 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 oh, perfekt. Oh, shit. Ja, ich verstehe genau, dein Ding ist im Arsch. Das hast du grad despawned. Oh, oh, oh. Ach so, ne, sei Axt. Macht ja auch mal diese dreispitzige. Macht er sich eine stinknormale, anstatt ob sie gehen. Ist ja langweilig. Hä, haben wir da nur einen Baumstamm draus bekommen? Zwei, ich hab's zwei ran gebaut. Baum fehlt. Da liegt ja der scheißlange Stock. So, zwei braucht man noch. Keine Ahnung, wo die lang sind. Muss ich hier noch wie einen kleinen. Köln hier, den hier. Hä, wo mich jetzt was schmutzt. Das möchte ich dir nicht sagen. So. Jetzt auch ein Dach. Zack. Zack. Mach's mal drauf hier die Scheiße. Das war doch beim Haus, oder nicht? Ich glaub mit bei dem... Oh ne, jetzt sind die ganzen Dinger, die spawnen aus. Alter. Die, das sind Fallen. Ich hab's. Hä, wo ist denn das? Keine Ahnung, bei mir war's grad direkt drauf. Äh, unter den Rahmen. Weiter hinten. Da ist Leiter. Ach so, ja. So, sechs Stück noch. Na, das will ich hier noch killen? Doch. Ich bin nicht zu nah ran wegen dem Ding da. Ja, ich glaub ich hab unser Haus nämlich geschlagen. Ja. Speichern. Speichern. Alter, pack dir das rum den Scheißdingern. Egal. Wir haben weit genug weg sind. Hast du gespeichert? Jetzt auch. Bin ich mal spannend. So, ich hab noch mal irgendwo wieder was. Auch am letzten Bein, was ich mir angucke. Sehr gut. Ach, du willst jetzt hier runterspringen? Ja, natürlich. Was hast du vor? Ich hatte, hatte ich doch gesagt, hier wegen dem Loch, was wir mal gefunden haben mit dem Wasser. Dass wir von da aus vielleicht reinkommen. Na gut, aber da ist ja eigentlich Wasser, ne? Normalerweise. Fuck. Oh. Du stehst obendrauf. Äh, nein, ich bin gestorben. Ja, ja, ja. Du bist aber in der Luft gestorben. Du liegst eigentlich, jetzt fällt alles rund. Ach du Scheiße. Liegt alles im Wasser verteilt. Und... So, weiter geht's. Ja, ich hab ganz schalte vier gedrückt, weil ich ja keinen Bock hatte. Äh, siehst du? Passt ja. Also, runterspringen geht nicht. Man braucht scheinbar wirklich ne Kletterausrüstung. Aber da unten liegt irgendwas. Irgendwas gelbes. Hm. Was er gesagt hat, ich weiß nicht, ob ihr das noch gehört habt. Man, äh, ob wir da nochmal zurückgehen sollten. Zu dem Loch, wo man da runterkommt. Das wäre natürlich ne echt interessante Sache, was da ist. Oh. Ich muss mich auch mal hinlegen. Mach mir mal ein schickes Festessen. Ich schneide gleich eine. Bisschen dicke Wagen zum Fressen, Judas. Okay. Oh, Alter, weil ich auch nie auf sowas druckbeißen könnte. Oh, ne. Ich glaub, da muss ich eher verrecken, ey. Oh. Was haben wir denn da? Ein rotes Fähnchen. Jetzt ernsthaft? Ein rotes Fähnchen. Spoiler-Alarm. Hier ist ne riesige... Äh, Landeplatz. Flugzeuglandeplatz. Ich weiß nicht, wo du bist, ne? Ja. Einfach den Weg war da hoch. Ja, da bist du. Ach da. Ein Landeplatz. Mit Häusern. Okay. Solarzellen. Können wir die bauen, können wir die bauen. Fuck, was zum... Ne riesige Axt. Oh Gott, meine Obsidian-Axt hat noch ein Prozent. Hier ist ein richtiges Bett. Militärration. Hattest du... Die hattest du noch nicht, ne? Doch, hab ich... Äh... MRE, dieses braune? Ja. Ich glaub, das hab ich eben grad gefunden auch einmal. Ja, hatte ich schon. Alles mal umsortieren hier. Warte, was hab ich grad gefunden? Instant-Kaffee? Ach krass, ich hab Kaffee gefunden. Kaffee... Schmerzmittel... Mal einfach fressen. Scheiß drauf. Da lag übrigens die Axt drauf, hier auf dem Tisch hier. Ach so, ja. Oh, ich mach da trocknen gleich schon mal den Scheiß-Essen. Die Kletterausrüstung! Na, super. Hast du auch bekommen? Bitte, bitte. Also, irgendwie... Die Karte! Die komplette Karte! Äh, okay. Äh? Hä? Dosen-Milch! Okay, dafür fress ich die kleine Dose einfach weg. Oh, ich will gucken. Was denn? Ja, ich hab... Ach so. Schmeiß da wieder den guten Dreck weg. Okay, na gut. Bis jetzt hat sich nichts verändert an der Karte. Ah, doch, da ist ein Pfeil. Boah, ist das groß. Ach du schöne Sache. Ach so. Oh. Das ist aber doch schon ganz schön. Ist ja wirklich eine kleine Dreckung. Oh, geil, da ist... Ja, mit der Insel, das ist gekennzeichnet. Das ist als Schlange... Oh, ist das geil. Alter Schwede. Richtig cool. Da unten sind noch so Inselgruppen. Ach so. Ja, ich hoffe, dass du jetzt die Kletterausrüstung auch hast. Weil da will ich jetzt nochmal schnell runter. Wo... Sieht man bestimmt hinten, oder? Ja, hab ich. Hab ich. Die siehst du an dem, ähm... An dem Schulterriemen. Am Rucksack. Wenn du hinten am Feuer bist. Ach ja, hier oben. Das orange kleine Ding. Cool. Hammer! Die Karte ist ja doch riesengroß. Weil alle, alle haben geschrieben, die Karte ist ja klein. Da haben scheinbar die meisten, oder so YouTuber, die ich halt jetzt gucke, das noch gar nicht gefunden. Na gut, wir haben es auch jetzt erst gefunden. Oh, bitte, dass die nur abgeschütztes Flugzeug sein. Das wäre so geil. Na gut, da würden wir aber nicht hinkommen. Äh, hier ist nur ein Berg. Schade. Boah. Meinst du, ob hier Viecher spawnen, wenn man hier wohnt? Eingeborene würde ich sagen, nein. So. Kommt man bei dem Bett, ähm, abspeichern? Nee. Wollen wir das... Wollen wir noch eine Folge spielen, oder eher nicht? Weil ich will runter. Eine können wir ruhig noch machen. Gut. Weil die Folge ist auch in zwei Minuten schlecht vorbei. Ist natürlich das perfekte Haus, ne? An sich ja, ne? Hier ist Licht drinnen. Oh, wie geil, Alter. Jetzt haben wir noch eine Kartenseite, ey. Ist das Hammer. Hammer. Hammer, 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 Hammer. So. Ich bin zwei leere Dosen. Achso, weil ich die fressen habe. Äh. Du hast eine richtige Axt gefunden, ne? Ja. Ja. Ganz ehrlich, warum liegt hier nirgends von der Machete? Ja. Die wollte ich nämlich eigentlich eher haben. Ah, ganz ehrlich, in Wirklichkeit, wenn die jetzt hier sowas hier sowas Großes haben, ne? Ja. Da wird in Wirklichkeit, denke ich mir auch öfters mal nochmal nachgeguckt, weil das wir uns ja einfach nicht so sagen. Tschüss. Wollte ich nur sagen. Wollte ich nur sagen. Weil, glaub ich nicht. So, dann lass mal runter, wa? Ja. Wo bist du? Ja, genau. Ne, ich bin an Solarze... Achso, da. Ach, geil. Gleich nochmal speichern. Ja. Auf jeden Fall. Nach 25 Tagen haben wir schon wieder was Großes, Neues gefunden. Hast du jetzt dreimal hintereinander gespeichert? Zweimal. Ich hab doch zwei Speicherpunkte. Zur Sicherheit. Gut. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnt mich. Gib doch nach oben. Schreib den Kommentar, wie dir das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.